Das Konglomerat der Heißluftproduzierer hat wieder zugeschlagen. Und was besonders perfide ist, es wurde ja etwas beschlossen, der Klimabonus. Der Klimabonus wurde beschlossen und nun zu Jahresende warten noch immer 300.000 Österreicherinnen und Österreicher auf diesen Klimabonus. Die Rache des Journalistens ist das Archiv. Der Rückblick in den Juni zeigt uns, wie schnell das besprochen worden ist. Und wie langsam es umgesetzt wird. Und es zeigt, dass die Regierung versagt hat. In der Teuerungsbekämpfung, in dem Verhindern der Ursachen der Inflation, durch Preisregelungen, durch amtliche Preisregelungen und durch den Ausgleich. In Wahrheit hat die Regierung es eher zustande gebracht, dass die Armut angeheizt wurde. Wir haben heute eine Situation in Österreich, wo sich Menschen überlegen gerade, ob sie die Stromrechnung zahlen sollen. Die Leasingrate für ihr Auto zahlen oder Lebensmittel einkaufen sollen. Und das ist in Wahrheit unerträglich. Und da rede ich jetzt nicht davon, gerade zu Weihnachten ist das so besonders dramatisch. Es ist zu jedem Tag im Jahr besonders dramatisch, wenn Menschen so finanziell in die Enge getrieben werden, dass sie nicht mehr wissen, wie sie ihr tägliches Auskommen beschreiten sollen. Super, super.